Musik Heute stellen wir Ihnen eine hochinteressante Studie vor, die aktuell im PINAS Journal erschienen ist, zur Untersuchung ethologischer Observation des Sozialverhaltens im Operationsraum. Normalerweise erforscht Franz de Waal das Verhalten von Schimpansen im Zoo. Nun hat der niederländische Biologe sein Team in ein Krankenhaus geschickt und dort Erstaunliches beobachtet. Auch Ärzte-Teams agieren wie typische Primaten. Ethologische Beobachtung des Sozialverhaltens, das ist das Thema einer soeben im Fachblatt PINAS erschienen Studie, verfasst von einem Team der Emory University in Atlanta, Georgia. Hinter diesem Titel verbirgt sich eine ganz normale Beobachtungsstudie, wie sie Forscher aus dem ethologischen Fach jede Woche publizieren. Ungewöhnlich daran ist allenfalls das Studienobjekt, denn es geht dabei um Homo sapiens, das Tier, Mensch. Sozial und emotional betrachtet ist der Mensch kein spezieller Primat, sagt Studienleiter Franz de Waal. Wenn wir über Sprache, abstraktes Denken und Kultur sprechen, sieht es natürlich anders aus. Aber die psychologischen Grundlagen unserer Art sind nichts Besonderes. Um diese Grundlagen zu untersuchen, hat sich de Waal an ein Studienobjekt herangewagt, das bisher nur von Sozialwissenschaftlern untersucht wurde, das Verhalten von Ärzte-Teams im Operationssaal. Diesmal allerdings nicht wie bisher üblich per Fragebung, sondern so wie es Biologen normalerweise im Zoo oder im Freiland mit Affen machen. De Waals Mitarbeiter Laura Jones besuchte zwei Jahre lang amerikanische Krankenhäuser, setzte sich dort in den Operationssaal und dokumentierte, wie die Chirurginnen und Chirurgen, Anästhesisten, Techniker und Krankenschwestern miteinander umgingen. Während der oft stundenlangen Operationen ordnete sie das Beobachtete mit Hilfe eines zuvor erstellten Verhaltenskatalogs, Etogramm nennen das die Forscher. Jeder Smalltalk, jeder Flirte hielt so einen Eintrag am Tablet-PC. Ebenso Tratsch, Späße, Zwissigkeiten und natürlich auch technische Gespräche über das Geschehen am Operationstisch. Letztere machten laut Jones Aufzeichnungen nur rund 5% aller Gespräche aus. Der Rest fiel in die Großkategorie Alltägliches und Nebensachen. Soweit so typisch menschlich. Auf altes Verhaltenserbe weist indes ein anderes Ergebnis der Studie hin. Die Konflikte im OP gingen meist von den Alpha-Individuen aus. Das waren in diesem Fall die Chirurginnen und Chirurgen. Auffällige Unterschiede zwischen den Geschlechtern gab es keine, erzählt Jones, auch wenn viele Leute glauben, dass sich Chirurgen im Operationssaal anders verhalten als ihre männlichen Kollegen. Sehr wohl einen Unterschied machte die Zusammensetzung der Teams. In nach Geschlechtern durchmischten Gruppen funktionierte Zusammenarbeit am besten. War ein Chirurg vor allem von Männern umgeben, nahm die Zahl der Konflikte zu. War eine Chirurgin vor allem von Frauen umgeben, passierte das Gleiche. Ein Muster, das die Forscher schon von ihren Studien an unseren nächsten Verwandten kennen. Schimpansen sind darauf bedacht, ihren Rang in der Hierarchie zu verteidigen und achten dabei, Männchen wie Weibchen, meist auf die Konkurrenz aus dem eigenen Geschlecht. Wir glauben, dass es bei Menschen ganz genauso ist, sagt de Waal. Hier eine Abbildung aus der Publikation, Kooperation im Operationssaal und Anteil der Männer. Je höher der Anteil der Männer im Operationssaal ist hier bis 100%, je mehr nimmt der mittlere Grad der Kooperation im Team ab. Wir sehen sehr deutlich, dass es solche Effekte auch bei Frauen gibt. Hier die Abbildung etwas anders dargestellt. Wieder die Prozent der Kooperation aufgeteilt auf weibliche Chirurginnen und männliche Chirurgen. Wir sehen auch, dass wenn nur Frauen im Operationsteam sich befinden, auch hier die Kooperation etwas schlechter ist und zunimmt, wenn eine Durchmischung der Geschlechter stattfindet, befinden sich ausschließlich und fast nur Männer im Operationsteam, ist die Kooperation wirklich ebenfalls schlecht und nimmt deutlich zu, wenn die Geschlechterdurchmischung stattfindet. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der aktuellen Publikationen im PINES.